Ich mache jetzt noch einmal ein Plädoyer. Na, was hat er jetzt? Ich habe jetzt gerade wieder hier eine Störung. So, was habe ich hier? Er will jetzt nicht. Dann mache ich das anders. Moment. So. Dann mache ich das jetzt anders und trickse das ganze System aus. Ja, ich erkläre jetzt noch einmal, warum glaube ich persönlich, warum haben mich all diese Argumente so überzeugt, die mich glauben lassen, dass wir einerseits, wenn wir eine glückliche und liebevolle Gemeinschaft hinkriegen wollen und wenn wir den Menschen, den Millionären, den Reichen wie den Ärmsten versprechen wollen, ich jedenfalls versprechen wollen, dass sie eine Qualität des Liebeslebens und aber auch des Sexuallebens, aber auch besonders des liebevollen Lebens kennenlernen werden, die sie noch nie kennengelernt haben, dass das eben, dazu muss ich noch einmal erklären, woher das denn kommt. Woher kommt diese Überzeugung, warum haben mich die Argumente der Biologen bis jetzt immer noch überzeugt, warum kann ich nicht anders, also weil ich im Moment noch nicht den Fehler in deren Argumenten erkennen kann. Die haben mich gelehrt, in den Jahrzehnten der naturwissenschaftlichen Ausbildung, dass die Kindertötung und Rivalentötung, die die menschliche Evolutionsgeschichte durchzieht und die wir heute noch in Reinform sehen können bei den Löwen und bei den Gorillas. Wir haben leider keine Filmberichte darüber, wie Gorillas, die einen anderen Gorilla töten, deren Rudel erobern, wie sie dann die Kinder töten, aber wahrscheinlich könnten wir, wenn wir das mal ganz sorgfältig beobachten, auch das irgendwann auf Film kriegen. Bei den Löwen ist es uns gelungen, das zu filmen, wie die Löwen andere die Revierinhaber töten oder vertreiben und dann erst einmal die Kinder töten. Die machen das ja nicht, weil sie bösartige Monster sind, sondern sie haben in sich die DNS und die DNS als Befehlsgeber sagt ihnen, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege. Und diese Kinder fremder Männer sind nun mal störend dabei, selber jetzt möglichst schnell eigene Kinder in die Welt zu setzen und deswegen tötet man dann diese Kinder der besiegten Rivalen. Und das ist nicht eine Bösartigkeit an sich, sondern das ist dieses grausame Prinzip der Natur, das die DNS befiehlt, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege. Und genauso, wenn eine Säugetierfrau, das Kind einer anderen Säugetierfrau tötet, dann heißt das nichts anderes als, ich zeige jetzt auch hier die entsprechenden Bilder dazu, hier die DNS sagt, liebe Frau, schieße mich in die Zukunft in Form eines solchen Kindes im Mutterleibe und das dann auf die Erde kommt und wo du dann statt der Nabelschnur die Verbindung zwischen Brustwarze und Lippen des Kindes herstellst und dann die Energie an das Kind übergibt. Vorher war es die Nabelschnur, jetzt ist es der Stillvorgang, und schieße mich in die Zukunft, sagt die DNS. Und dann ist die Frau getrieben und ich unterstelle ja nicht, dass es in unseren Gemeinschaften dazu kommen wird, dass eine Frau das Kind der anderen töten wird. Aber wir haben in der Forschung festgestellt, die Biologen haben festgestellt, dass zum Beispiel Frauen sich gar nicht bewusst sind, wenn sie ihre Kinder töten. Man hat einfach festgestellt, dass Frauen die größere Chancen auf Wiederverheiratung hatten, wenn die Kinder, die bisherigen, stellen wir uns vor, eine Frau hat zwei Kinder und der Gatte stirbt. Und jetzt hat die Frau keinerlei Chancen auf Wiederverheiratung zu bestimmten Zeiten gehabt und dann ist sie hingegangen und hat diese Kinder getötet. Aber doch nicht bewusst, sondern sie hat einfach, wenn die Kinder krank waren, ein ganz bisschen diese Kinder, die Krankheit unterschätzt, die Kinder ein ganz bisschen vernachlässigt. Dann sind die gestorben, die Frau hat sich neu verheiratet und hat dann vier Kinder in die Welt gesetzt und hat dadurch dann mehr Kinder hinterlassen in der Evolution als vorher. Und also die DNS als Befehlsgeber hat ihr also quasi befohlen, lasse die anderen Kinder einfach irgendwie sterben, nimm das nicht so genau mit der Sorgfalt und dann kannst du mehr Kinder hinterlassen. Das erinnert mich an die Schweine, die, wenn ein Wurf nur vier Kinder hat, dann fressen sie diese vier Kinder wieder auf und kriegen dann kurze Zeit später wieder acht Kinder, weil sie dann in der Summe wieder mehr hinterlassen haben. Was ich damit sagen wollte, ist einfach noch einmal, dieses Liebessystem, der viele Körperkontakt, der wurde nur entwickelt, um diese grausamen Aspekte der Kindertötung und der Rivalentötung zu beenden. Und das ist nur zwei Arten gelungen, laut biologischer Aussage. Pantaniskus bonobo und dem späten Homo erectus, also unseren Urgroßeltern. Nur diese beiden Arten ist es gelungen, ein Kuschel- und Liebessystem zu entwickeln, das erfolgreich die Tendenzen zur Rivalentötung und Kindertötung, so nach dem Motto DNS, befiehlt, schieße mich in die Zukunft und räume anderes aus dem Wege, dieses zu kontern. Und dass ich sage, ja hoppla, vielleicht müssen wir auch die Bedingungen von späten Homo erectus und von Bonobo, Pantaniskus, wiederholen und imitieren, um so stabile Verhältnisse hinkriegen zu können. Denn es reicht mir ja auch, wenn in einer Gemeinschaft ein Mann einen anderen einfach nur etwas schlecht behandelt. Der muss ihn doch nicht umbringen, sondern nur etwas schlecht behandelt. Und schon entsteht eine Spannung, die noch über das hinausgeht, was die antrainierte Streitsucht der Marktwirtschaft ist. Sondern da entsteht auch eine Entspannung, die aus dieser Triebhaftigkeit des Menschen auch resultiert. Und vielleicht kann ich die nur kontern, wenn ich da auch wieder überall Liebesbeziehungen einbaue und so weiter. Und das ist der Grund, warum ich so sage, bis jetzt haben mich die Argumente der Biologie überzeugt, dass ich schon versuchen muss, die Bonobos zu kopieren und den späten Homo erectus zu kopieren, wenn ich wirklich ein stabiles, Kommunensystem haben will. Aber das ist wie gesagt jetzt meine, wie sagt man, meine Stimme. Das ist die naturwissenschaftliche Stimme, die mir das so erklärt. Ja, und ich sage nochmal abschließend an alle Reichen und alle Armen, deswegen diese Bonobo-Lebensweise und die späte Homo erectus-Lebensweise irgendwann mal zu kopieren, bringt eine Befriedigkeit, die wir in der Marktwirtschaft niemals erreichen werden. Ich gebe weiter, das war wohl jetzt auch mein letzter Beitrag und nachher suchen wir jetzt nur noch kurz das Ende. Tschüssi, ich gebe weiter und öff, öff. Ja, genau. Das haben wir schon drei Minuten vor zehn. Ich versuche mal recht kurz und knackig, das kann man auch fortsetzen beim nächsten Mal, diese Perspektive, Weiterführung.